Warum es sich lohnt, die Mai-Ausgabe des Magazins Tischtennis zu lesen? Inside Tischtennis weiß Bescheid! Die Individual-WM in Durban steht vor der Tür und die Titelverteidiger Fan Shendong und Wang Man Yu werden in Südafrika die Gejagten sein. Wir haben mit DTTB-Sportdirektor Richard Prause über seine Favoriten gesprochen und uns erklären lassen, warum die Deutschen Doppel neu formiert wurden. Außerdem fassen wir in 10 Fakten zusammen, was man zur WM in Durban alles wissen muss. Aus den Bundesligen picken wir uns diesmal den SV Jena und den TTC-OE Bad Homburg heraus. Beide dürften in die erste Liga aufsteigen, aber nur die Thüringerinnen wagen den Schritt. Warum man sich in Bad Homburg gegen die TTBL entschieden hat, erklärt TTC-Sportvorstand Helmut Hampel in seiner Kolumne. Außerdem schauen wir uns die Spielerwechsel in der TTBL an, lassen Frank Sponsel erzählen, wie er in einem seiner größten Tischtennismomente Timo Boll beim Angeln getroffen hat und blicken nach China, wo gerade viel Wirbel um Canjicke herrscht. Die Mai-Ausgabe von Tischtennis kann man auf unserer Magazin-Webseite bestellen. Viel Spaß beim Lesen!